So jetzt geht es endlich weiter mit Minecraft. Das ist ja schön. Dieses Wisch-Effekt eben mache ich jetzt nicht fordert, ob ich keinen Bock habe. Ich komme aus dem Kreis gar nicht. Ich porte mich mal kurz für die Erde. Naja, ich verbrauche mich. Ja, ich porte mich kurz. Nein, äh. Sieht doch jetzt mal viel epischer aus. Schreibe ich dann bitte. So. Janis, du kannst doch mal unsere Videos dir angucken, damit du weißt, wie man portet. Auch egal. So. So. Ich packe mal wieder mein Lapis dazu. Die Wicke. Das liegt trotzdem immer noch etwas. Aber naja, egal. Lapis. Unsere ersten Lapis-Voräte. Achtfleisch, 15 Kohle. Die für Kohle behalten ich mal. Ganz geschmeidig. So. Ach. Ich bauch Weeds. Ist mir aufgefallen. Da hast drei Weizen. Hä, was hast du aus dem anderen drei Weizen gemacht? Okay, konnte auch nichts. Ach so. Ne, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, warum hast du denn drei Eisen weggenommen? Drei Eisen? Äh, drei Eisen, drei Weizen. Okay, zwei Weizen. Ich habe sechs Weizen. Woher hast du sechs Weizen jetzt gerade? Ja. Okay. Warum habe ich mir überhaupt das Weizen genommen? Ich frage ich mich? Schauswicht. Und erstmal, ich bau kurz ein Gehegeleiniger. Einfach vor unsere Tiere, weißt du, so ein erstes. Nein, 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 nein. Ich mach dir. Ich mach hier den Vorgarten so ein bisschen stylisch. Und dann packen wir die da einfach rein. Ja, aber da muss ja auch so viel Grasboden haben, weißt du. außerdem will ich die auch 1 2 also man muss ja 1 damit das nicht rumkommt wir haben viel zu viel Kabel wieder mal aber egal so machen wir mal ein Stack das reicht hoffentlich noch genau das reicht bist du wohl okay ein kurzer Aufnahmestopp jetzt so schon geht es weiter mit Minecraft das ist auch schön und wir waren aber stehen geblieben unsere und Zweite zu machen unsere Tiere die wir noch nicht mal haben aber egal das ist ich habe zu kommen und das wird glaube ich immer noch nacht wir brauchen da es wird noch das stimmt sogar das ist so hoch ist das 18 Minuten das ist richtig unnötig irgendwie aber wir haben nicht erlaubt und lachsam anbrechen nachher ich wollte bis die Scheiße 1 noch kurz zu kurz vor so hat er zwei Städte über doch mal kommt zu langer Reihen ja wieso ich mache noch die Vorgarten für die Kleider machen was Worte vielleicht noch mal er dass sie doch eigentlich was deine Schauspieler dann die Warte ja da wollen wir das nicht noch aus Künstlern machen ja okay er wollte er nicht ich hoffe hier im Vorgarten haben bei ihm mehr egal ist das ist mal pendelt obwohl wir kein Bett haben alle die Wiese das ist eigentlich auch so und warum brenn wir schon wieder so und ich weiß es nicht man kann man alles machen das geht gar nicht um noch neunzehnt stück da hat das Bezug was wollen wir jetzt machen ich mache den Vorgarten immer noch so gut dann mache ich ein bisschen Erde hier dann mache ich aber das schafft ich nicht machen das ist ein wenig unnötig aber wir können das er trotzdem macht die Erde wird und nun sind hier sogar so schön ich leuchte mal ein bisschen aus auch das Gehege muss ich auch mal ausleuchten da kommt eine neid ich bin tot das bock mal voll gar nicht gerade ach am Arsch Creeper ganz ehrlich leck dich doch meine Fresse Duma Creeper ganz ehrlich ich wollte mich jetzt noch Gott mein erster Niederlage in diesem Letzt Play oder auch keine Ahnung er hat mir alles weggespringen Prozent Prozent so gut noch alles Dauberkopf heute sind draufgegangen es ist gerade verliebt haben so an die Kurzwege kommt so umgebracht es kommt schon noch ein Feld ist bei mir und ich bin da nicht genau auf dem Feld der Chancen so und so ein doch gar nicht nur eigentlich es hat uns gebrochen nicht im Krippe im Weg geblendet hat doch egal jetzt verpiss ich mich hier langsamer glaub ich er wird auch nicht so kommt kackig hier oben ganz ehrlich die Schilder ja weiß wie scheiße es ist wenn du gekillt weißt ich zerstör' gerade mit Pfeilen Prozent erlaubt so wird jetzt hier noch ein Kripper kommt meine Fresse das hat mich aufgeregt ein bisschen Zäune 2 2 und Tor das ist auch Tore wir brauchen aber noch mal scheiße das sind sie mag ich nicht bei nachts draußen arbeiten bei nachts Zauberflug seit ihr umso und gelegt hat sich jetzt er geht um meine ganzen Zauberflug und der Klaus oder die die ich geh jetzt raus und feiert und mein Leben wenn ich aus der Tür rauskommt natürlich er geht durch die Tür durchgehauen Kupfer noch ein Zauberflug oder so und da sind zwei Gründer und die Skelette und alles und ich gehe jetzt mal ab es sind ich komme dich wohl schon abgeschlossen vom Skeletz nachhaltig gut auch wohl jetzt sind wir hier das 8 ich habe das ist ein Punkt die Zauberflug und wir haben es zu schlafen nur ich bin ich ordne meine schöne Anordnung und alle ich ordne meine schöne Anordnung und die Gute geils deutsch weil wir machen ich kann noch zwei Folgen machen oder auch nicht ich mach mal wieder ein Aufnahmestopp her und schon geht mein Kraft weiter da klopft ein Zombie auch nicht ja und das wird definitiv die letzte Folge für heute sein also für jetzt weil danach essen wir Scheiße doch ist ein Creeper es war gar nicht so egal alle Leute ist gleich geil oh das hat was gedroppt ne ja cool da können wir uns auf Bild weitermachen da kommt ja das ist auch Gott ich heiße jetzt ja das kommt mal her was explodiert Feuerstein Kutzauern noch haben sich wieder hier und schon geht's weiter das bringt doch so voll immer dass ich immer so kurz aufnahmestopft machen egal Stops Klobz ab Stab Stab das macht sie doch draußen überhaupt Jungen ganz ehrlich mit sich mit Krieg und Regierungs oder was Ohr Schwuler sagt ey natürlich ich fahr mit dem Sand jetzt weiß ich keine Hobbyshop viel Spaß Wetten hier kommt jetzt gleich ein Creeper runter ne aber das ist auch so geil und auch jetzt auch nicht dazu n 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 ernst so rechtens kommen ich hatte doch recht das ist doch schön kommt zu langsamer reinklässt du wieder trotz nieder dauert noch ein bisschen ich kann mich nur im Garten um und geiler Garten und ja auch so ich wollte sagen aber das hat sich wohl lediglich jetzt auch in der Box von Opfer Angelegenheiten wo es eigentlich der Sandstein den gebrochen kann man übrigens schon diese neuen Sandstein Arten kräftige aber das ich weiß nicht ich weiß nicht diese Kiste ist immer noch offen soll ich jetzt ab und wieder wenn es viel scheiße drin so das wird wieder Tag ehrlich der Spok und auch so ein Rollen und wir sind und dann die Brotasen auch noch was ab und 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 ab